Dass diese Kultur aus dem besten Europa verschwemmt. Ich bin das nackste Bollwerk gegen diese Gefahr. Sie sind ohne Ehren! Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Gezogen Sie, ich will Federn Sie, sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist ein Fahnenflucht. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsgring vorschlossene Technologien vermelden, mit einer brand schenslosen, mit daran krass geführten Gewalt schlag zurückwerfen. Ich will Federn Sie, zerfarrt! Den korentarisch-polschewistischen Koloss entgegen treten. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt. Die Verwünschen entstehen, sie werden entstehen. Sagen Sie, Bosse, also kämpfen, wo er steht. Ist sie nun dabei verloren? Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstossene Sowjetverbände, wohin immer der Feind vordringt. Es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Es soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Und dann, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Dann soll die Armee fährt man! Haben Sie noch zwei Fehler in einem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug! Alles geht los! Die Kinderrechte, das ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie schroren, Herren! Dringen Sie mir, Vergelein! 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 Um sich zu autorisieren, warum du denkst, wäre ich krank? Ja, vielleicht schon da!